Der geht richtig ab auf dem Trail-Modus. Also wir warten jetzt die Rote. Du weißt ja wo die Rote dann lang geht. Ja, ich seh's ja noch. Unterwegs. Rote Strecke. Schöner Berg. Sollen wir den Jakob, der kommt sicherlich hinterher. Der hat etwas Mutwasser getrunken. Hier bin ich noch nicht gefahren. Hier in den Aul bekommen. Die scheiß Bremse, Alter. Fuck. Fuck. Woah. Alter, staubt das hinterher. Ja, das ist die blaue, wo ich gesagt hab. Da rutscht man gern runter. Ja, das ist ein bisschen schwer da. Das ist automatisch von der Geschwindigkeit. Ja, ja. Jetzt hier auch rot, gell? Ste Sverige. Ja. Hooray. 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 Ich weiß nicht genau. Ja.